Mein Name ist Nils Bukowski, ich bin 19 Jahre alt, ich spiele seit der UC bei den Herdner-Löwen und spiele Position 2 und 3. Eigentlich habe ich so keinen Spitznamen, aber der Jürgen, der nennt mich in letzter Zeit ganz gerne mal Bukki. Eigentlich nicht viel, weil da wurde ich halt nur geboren, ich lebe eigentlich mein ganzes Leben in Herden, aber wenn, dann ist es gerade noch da, wo ich geboren wurde. Die Rosa-Park-Schule und die Lott-Geros-Schule, ich habe halt viel Zeit da verbracht, viel in den Hallen gespielt. Am besten schon mal einen guten Start hinlegen, dass man ein kleines Polster hat für die kommenden Spiele danach und dass man dann halt auch in den schweren Spielen versucht, so viele Punkte wie möglich zu holen. Ja, kommt alle in die Halle, unterstützt uns, es hilft immer, wenn die Fans auf der Seite der Mannschaft sind. Keine Hand. Was hat das so schön in der Hand? Beide! Mein Lonnie Wohl. Bers начала Spiele. Ich mache das Ganze frei. Untertitelung des ZDF, 2020